Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute meine Lieblingsübungen und zwar ist es die ganz klassische Liegestütze oder Push-Up. Ihr stellt eure Hände einmal schulterbreit bzw. ein bisschen breiter als schulterbreit auf, Füße einmal aufsetzen, Bauch fest anspannen. Schaut, dass ihr hier eine gerade Linie bildet und dann geht ihr einmal tief, so weit nach unten wie es geht, am besten einmal mit der Brust den Boden berühren, die Ellbogen gehen schön nach hinten und dann drückt ihr euch wieder hoch. Schaut dabei, dass die Schultern schön hinten sind, dass ihr die Schultern weg habt von den Ohren und hoch. Natürlich könnt ihr das ganze alternativ auf den Knien machen, das heißt Knie aufsetzen, Füße könnt ihr nach oben einmal nehmen, dann wird es ein bisschen einfacher, vielleicht für die Frauen oder für alle, die gerade noch am Üben sind. Hoch, tief, ganz normal, wie bei der normalen Liegestütze auch. Das war es auch schon, ich wünsche euch viel Spaß dabei!